Ja und somit ein recht herzliches Willkommen zu VRC 10. Es geht weiter in Japan. Ja, ich mache heute mal mit Facecam, weil ich es gerade aufgebaut habe. Und ja, da fahre ich heute mal eben mit der Facecam. Könnt ihr mir reinschreiben, ob das hin und wieder mal gewünscht ist oder nicht. Lass es lieber bleiben oder wie auch immer. Oder ja, es schaut cool aus. Passt so. Gerne reinschreiben oder auch nicht, wie ihr wollt. So, jetzt geht es ja langsam ins Finale. Ich hoffe, ich bin synchron, aber es sollte euch passen. Lippen-Synchron. So, wir sind ja jetzt in Japan und es geht ja um einen Punkt, glaube ich, was wir gesehen haben. Ja, wir sind einen Punkt hinter Bula Chia, hinter Marco. Wir wissen aber zu dem Zeitpunkt nicht, ob er überhaupt fährt. Wenn nicht, würden zwei Punkte natürlich für den Sieg schon reichen. Das sollten wir noch hinkriegen. Und ja, wenn er mitfährt, dann müssen wir ihn auf jeden Fall schlagen. Das kann ja interessant werden, Freunde. Das kann ja wirklich interessant werden. So, wir lassen einfach mal alles so eingestellt, wie es ist. Und jetzt wird es spannend. So, ich muss noch schauen, ob ich hier... Von der Positionierung her... Muss ich mir das im Rennen anschauen. Äh, ja. Den möchten wir auf jeden Fall machen. So, wir nehmen mit... Mal acht Weiche. Zwei Regenreifen. Okay, Moment. Ähm... Ich will vier Regenreifen, ehrlich gesagt. Sicherheitshalber vier harte. Ja, so machen wir das mal. So machen wir das mal. So. Ähm, wir haben die Harten drauf für einen Shakedown. Das passt perfekt. Ist eh trocken. Ja. Optimal. Dann wieder mal laden. Und rein geht's. Mal in den Shakedown. Und mal ein bisschen ein Gefühl kriegen für das Auto. So. Mal schauen, wie wir hier positioniert sind. Muss ich mal mit dem zweiten Bildschirm schauen. Wir werden kurz jetzt dann... Ich weiß das Layout nicht genau. Nicht, dass ich irgendwas verdecke da unten. Schauen wir mal kurz. Ne? Sollte passen, oder? Drei. Zwei. Eins. Los. Rechts vier dreißig. Ja, passt. Ich verdeck nicht. Links drei... Ja, das Sound ist wieder mal extrem laut. Bei jedem Spiel muss man das ändern. Das ist unglaublich. Kurze Einstellungsphase. Schneiden und rechts drei kurz. Warte, wir werden noch einmal gleich neu starten. Hey, hierfür habe ich keine Aufzeichnung. Hierfür habe ich keine Aufzeichnung. Wenn ich jetzt rede... Rechts sechs in rechts drei in links vier. Und rechts sechs in links fünf schneiden. Ja. Gehen wir noch ein kleines Stück runter. Sorry, Freunde, für die kleine Verwirrung. Dass es nicht zu laut ist. So. Aber jetzt. Jetzt starten wir hier durch. Eins. Wir sind unterwegs. Los geht's. Sorry. Rechts vier dreißig. Ja, die sollen raus schneiden. Ja, gut. Jetzt ist es zu spät. Rechts drei kurz. Also direkt bei der Aufnahme. Und links sechs in rechts drei in links vier. Da haben wir das Eck erwischt. Und rechts sechs in links fünf schneiden. Scharf bremsen für scharfe Haarnadel rechts macht auf 30. Links fünf 80, Verengung. Links fünf und bremsen rechts drei kurz. Verengung 30. Links vier mittig halten 50. Links drei und Achtung rechts zwei nicht schneiden. Verengung macht auf lang. rechts fünf in rechts fünf. In Achtung links 2 und Achtung scharfe Haarnadel rechts, sehr eng. Rechts 3 hängt nach außen, links 4 schneiden. Rechts 5 macht auf und links voll macht zu, 3 leicht schneiden bei Abzweig in links voll 50. Und Achtung rechts voll für scharfe Haarnadel links, breiter bei Abzweig 40. Ja, war noch nicht ganz so nice. War ja nur der Shakedown, aber wir haben ein bisschen das Auto beansprucht, aber sollte passen. So, was kommt jetzt? Ja, wir werden auf jeden Fall die Weichenreifen drauf geben. Zwei Reserve mitnehmen. Ah, wieso reparieren die die Karosserie nicht? Ei, ei, ei. So, Setup technisch, natürlich merkt er sich das nicht. Das ist ja auch lächerlich, oder? Freunde, 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 wieso bleibt das nicht drin? Jo. Schaut trocken aus. Let's go, let's go. Erste Etappe. Jo, bei Tag 2 können wir mindestens die erste auch mitnehmen, würde ich sagen. Das sollte sich durchaus gehen. Maximal bei einer E-Pick müssen wir sich überlegen, ob wir es machen oder nicht. Deswegen gehen wir hier gleich einmal loslegen. 5, 4, 3, 2, 1, los. Let's go. Konzentration. Mach zu, in links 5 kurz, in rechts 5. In Knoten nicht schneiden, scharf bremsen, 50. Scharf rechts, nicht schneiden, 30. Scharf bremsen, scharf rechts und links 3 und rechts 3 bei ab 250. Rechts 5, scharf bremsen, in links 2, macht zu. In rechts 4, in links 5, kurz 30. Da habe ich rechts die Steine leider übersehen. Die haben wir äußerst unglücklich erwischt. Und rechts 4, bremsen, für scharf links nicht schneiden. Rechts 4 und links 3, innen halten, rechts 3, kurz. Und links 4, in rechts 5, 80. Achtung, scharf bremsen, scharf links, macht auf. Und links 5, in rechts 4, nicht schneiden, Verengung lang, 50. Achtung, rechts 4 und links 6, lang, macht zu, 3, nicht schneiden, 50. Achtung, scharf bremsen, H-Nadel rechts, fels innen, 30. Links 3, macht zu, nicht schneiden, und links 5. Scharf bremsen, in H-Nadel rechts, 30. Links 2, schneiden, macht auf. In scharf links schneiden, 30, rechts voll, 80. Achtung, scharf bremsen, scharf rechts, leicht schneiden, 100. Scharf rechts, nicht schneiden, 80. Links voll, in rechts 4 und links 4. Innen halten, rechts 4, macht zu, lang und links voll, 80. Links voll, in rechts voll, 30. Rechts 6, kurz Verengung und rechts 4. Und links 3, macht zu, 80. Links 5, kurz 100. Links 5, sehr lang, macht zu, 30. Rechts 5, kurz, in links, 5, 50. Rechts 3, 30. Sehr schnelle Etappe hier. Rechts 5, scharf bremsen, in scharf rechts, 30. Gerade das ist nicht einfach. Ja, da verlieren wir auf die KI, weil die... ...dauert sich da mehr zu. Rechts 3, und Achtung, scharf bremsen, für scharf rechts. Und links 3, 30. Rechts 5, scharf bremsen, für Haarnadel rechts, 150. Na ja, ich bin nach dem ersten Unfall jetzt ein bisschen vorsichtiger überall. Auch noch nicht zu 100%ig, das Gefühl. Wird noch ein paar Kilometer dauern. Oder mit jedem Kilometer wird's besser, sagen wir es mal so. Links 2, nicht schneiden, 30. Über rechts voll ins Ziel. Ah. War nicht so cool. Ja, und Pullega, oder wie er heißt, ist nicht am Start. Ich dachte noch, der fährt auch nur 6, oder ist er irgendwo da hinten? Ne, der fährt gar nicht mit. Ja gut, dann haben wir unseren Sieg aber schon sicher, oder? Schade, dass er nicht mitfährt, das wäre geil gewesen. Andreas Mikkelsen, erster. Ja, cool. Ja, dann können wir ja hier ganz entspannt weiterfahren. 12 Minuten, da geht sich noch eine aus, oder? 8 Kilometer, ja, das geht sich aus. So, alles reparieren, machen wir das schnell. So, perfekt. Achso, Setup wieder. Ah, okay, das passt aber. Let's go. Nein. Das war der Fehler, Freunde. Richtig. Greifen. Es war lauter schnell, schnell. Aber es gab zwei frische haben wir hier am Start. Ich knall mal vorne einfach drauf. Und vorher haben wir uns ja eh, ich weiß nicht, was mit 2 Kilometer, also wird es nicht ganz so dramatisch sein, hoffentlich. So, schauen wir mal. Na, na ja. Ach, war da die 100er drauf. Hätten wir noch welche gehabt überhaupt? Ich weiß gar, wir haben ja sicher zwar auch Regenreifen mitgenommen, bin ich mir jetzt gar nicht sicher. Aber das fängt schon. 5, 4, 3, 2, 1, los. Let's go. Und links 6 lang, macht zu. Und rechts 5, 30. Und links 4 breiter bei abzweig 50. Rechts 5 in links 6 über Kuppe 100. Mittig halten, Übersprung. Rechts 3 schneiden und links 4 lang, macht auf 50. Rechts 3 in links 3, in rechts 6, macht auf sehr lang 200. Achtung, bremsen, rechts 6 schneiden, in haarnadel links. In links 6 lang, macht zu 5 in rechts 5, 50. Und rechts 6 in links 5 schneiden, scharf bremsen, für scharfe Haarnadel rechts, macht auf 30. Ja, man sieht's. Jetzt haben wir schon wieder ein bisschen mehr Vertrauen in die Lenkung im Vergleich zur Anfangstage. Links 5 und rechts 3, kurz Verengung, 30. Jetzt ist schon langsam das Gefühl wieder hier. Links 4, mittig halten, 50. Links 3 und Achtung, rechts 2 nicht schneiden, Verengung macht auf lang. Und links 3, mittig halten, und rechts voll, mittig, 70. Rechts 3 macht auf und macht zu, 50. Links 3, verengen, und links 5, in rechts 5. In Achtung, links 2, und Achtung, scharfe Haarnadel rechts, sehengen. Ah, das hat zu spät. Rechts 3, hängt nach außen, links 4 schneiden. Oh, immer gut erwischt. Das Teiltück jetzt von der Übungstage, vom Shakedown. Achtung, rechts voll, leicht schneiden, bei Abzweig in links voll, 50. Au. Und Achtung, rechts voll für scharfe Haarnadel links, breiter bei Abzweig, 40. Links voll, in rechts 5, innen halten, in links 600. Rechts 3, scharf schneiden, in links 6, 30. Links 4, macht auf, und rechts 4, schneiden, 50. Links 4, 500, in tunnel. Je ne le tourne, le Sound. Links voll, 200. Sehr schön. Achtung, rechts 4, in brücke, sehr eng, 100. Rechts 3, scharf schneiden, in scheuw, links. Nichts, nicht schneiden, Verengung. Und rechts 6, in links 5, 70. Bremsen, für Haarnadel rechts schneiden. Und links 6, in Haarnadel links leicht schneiden. Und rechts 4, macht zu in rechts 3. Ah, blöder Stein damit. Und links 1, in rechts 3, macht auf. Und Achtung, Haarnadel links, Verengung bei Abzweig. In rechts 5, in links 4, und rechts 3, 50, links halten. Ne, 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 das war nix. Ja, wieder die gleiche Ecke, oder? Das gibt's ja nicht. Achtung, Bremsen, links 2, nach Abzweig nicht schneiden, Verengung. Und rechts 6, in links 6, mittel, 30. Rechts 4, in links 5, schneiden, in rechts 4. Und links 3, in rechts 5, in links 3. In rechts 4, 30, links halten. Rechts 3, innen halten, 30. Rechts 4, Verengung, mittig halten, zum Ziel. Was ich eigentlich vergessen hab, zum Schauen, ist, die zweite Stage, wieviel Kilometer die hat. Hm, das war auch n' Fehler. War bei 20 Sekunden Vorsprung, immerhin. Eieiei, das haben wir vergessen, zum Schauen, Freunde. Was nämlich, was kommt denn jetzt? Nochmal 7 Kilometer, ja, okay, mit viel Glück. Kriegen wir das hin. Das machen wir aber das nächste Mal, würde ich sagen. Diese Stage plus die Power Stage. Da sind wir ja schön fertig, und dann können wir vielleicht schauen, und gleich auswählen, im nächsten Bar, zu welchem Team wir dann gehen, in der WRC. So, dann können wir ja jetzt ganz entspannt... Moment. Genau, den gib' hinten drauf, vorne ein bisschen frischer rein, jawohl, optimal. Vielleicht merkt er sich das auch gleich. So kommen wir super über die Runden. Gut, dann sage ich danke fürs Zuschauen. Das soll's wieder mit diesem Part hier gewesen sein. So, zwei Etappen haben wir noch. Dann sind wir hinter WRC 2 durch, und wir steigen in die WRC ein, im nächsten Part. Mal schauen, ob wir da vielleicht gleich eine Probefahrt machen, oder so, ich weiß es noch nicht. Aber wir werden uns mal alles, unser Team mal in Ruhe anschauen, und so, und ja, mal schauen. Da rechts unten sollten da nicht zwei Gesichter sein, das ist auch irgendwie nicht gegeben, anscheinend da unten. Fehler, oder? Keine Ahnung. Gut, dann schreibt's mir gerne noch rein, ob Zukunft eher mit Facecam tendenziell, oder eher nicht, je nachdem, wie ich A Bock habe, und B, ja, wie ihr das auch sehen wollt. Ja, wenn wer was schreibt, dann werde ich das berücksichtigen, wenn keiner schreibt, dann mache ich es einfach so, wie ich lustig bin. Gut, dann sage ich danke fürs Zuschauen. Ich bin raus, und wir sehen uns die Tage hier zum letzten WRC 2 Part, mit unserem Citroën C3, und dann werden wir, ich schätze mal, höchstwahrscheinlich sofort wechseln, sofern wir dort natürlich ein Angebot bekommen. Also Freunde, ich bin raus, ich sage danke fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Ciao, ciao.